1200er, eine Harley. Das ist innen drin im Laden, ist auch sehr schön gemacht. Gibt natürlich zur Zeit kein Alkohol, weil es ist ja verboten. Ja, Patong nachts, wie man sieht, ein paar Leute sind unterwegs. Karlsons auf dem Dach, hat es nicht einmal eine Sendung gegeben? Karlsons auf dem Dach, der Weinshop hat hier auch noch auf. Da vorne ist die Beach Road. Es ist ungefähr Mitternacht, wir sind jetzt an der Beach Road. Wie man sieht, es haben noch ein paar so Restaurants auf oder so kleine Buden halt, die was zum Essen verkaufen. Überall ein bisschen Leben ist wieder zurückgekehrt. Kann man ja nicht anders sagen. Schau, da ist ein Restaurant sogar, oder was ist das? So eine Thai-Imbissbude. Ist der Daniel da drüben vielleicht, sitzt der da? Da gibt es sogar Bier, illegalerweise. Das schaut nur aus wie Bier, das ist gar kein Bier. Ich habe mich verschaut, das ist Wasser. Die trinken ja gar kein Bier. Ich habe gedacht, die trinken ja Bier, die trinken ja nur Wasser da drüben. Also es wird fleißig getrunken, aber Wasser. Und ja, es ist ein bisschen Leben da. Wenig, aber mehr wie vorher. Das war ja nichts. Also es ist vor allem nach dieser Saizong-Kran. Wenn ich mir die Werbung hier anschaue vom Bang Kao Beach, dann bedeutet es, dass sie hier wahrscheinlich alles zubauen wollen. Das bedeutet nichts Gutes. Es hat auch geregnet schon heute. Es ist alles ein bisschen nass. Dementsprechend auch ein wenig kalt fast. Also für uns, die wir hier leben, es hat vielleicht so 25 Grad. Winterliche Verhältnisse sozusagen. Da drüben ist dieses Banana Warp, oder was? Nee, doch. Schaut auch ein wenig komisch aus momentan. For Rent hier. Wow. Das war da irgendwie, ja, Banana Warp. Da, die tanzende, die tanzende Dame. Patong Legend Hotel. Hier gibt es immer noch ein bisschen was zu essen. Das ist halt das Schöne. Da haben wir wieder ein fahrendes Restaurant. Also auch um Mitternacht gibt es in Patong noch was, wie man sieht. Ja, das ist so schön. So, die Taxifahrer sind auch wieder da. Super, oder? Hier gibt es, ist doch macht es was los. Schön. Hier sitzen auch noch jede Menge Leute. Ein bisschen durch den Sand laufen hier. Mots was los hier am Strand. Ist doch super, oder? Nachts am Strand hier. So, wir sind hier auf einer Party. Jetzt gibt es auch noch Fun. Sehr gut. Das ist die reale Leben in Thailand. Nach der Midnight, alles ist gut. Kommt nach Phuket und genießt den Urlaub hier. Kommt nach Phuket und genießt den Urlaub hier in Phuket Town. Holiday Patong. Kommt. Don't worry about Sandbox, alles ist gut. Relax, relax. Schöne Pancakes nachts. Ist ja wieder Frühstück, gell? Ja, halb, ja. Oh, leute. Jetzt ist es an. Wir haben hier noch einen schönen Pancake. Besser geht es doch gar nicht. Das sind sehr gute Leute hier. Thailand, sehr froh, hier zu leben. Sehr froh. Kommt nach Thailand. Okay. Okay. Let's do a motorbike, gell? Ja. Sein Motorbike da draußen. Coole Leute hier. Super drauf. Eine Harley. Ja, und ich habe heute einen Präsidenten, oder die zwei Präsidenten von dem Single Club hier kennengelernt. Das ist doch schön. Das Leben ist immer wieder voller Überraschungen. Und darum muss man das Leben feiern, die Feste feiern, wie sie sind. Und wenn ich hier mal einen schönen Pickup sehe, den lasse ich bald restaurieren, weil der Sascha, 15 Jahre alt, der schaut einfach geil aus. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Nachts um eins auf den Straßen. Das ist die Beach Road. Wenn jetzt Touristen da wären, würde sich hier alle staunen. Auch um die Uhrzeit. Ja, staunen um die Uhrzeit nicht, aber trotzdem wäre schon viel los. Aber jetzt könnten wir hier praktisch sich hinlegen sogar. Und hier ist meine Kappe, die ich gerade geschenkt bekommen habe. Es ist schon eine Ehre, so eine Kappe zu bekommen. Da hat der Präsident beschlossen, dass ich die bekomme. Ja, und denkt bitte dran, abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da und drückt auf die Glocke. Mann diese Räume drinäu bad und eine ZD1. In der Räume, Wenn alle hier vorne drückt sich hinten. Glocke winds. Vielen Dank.